Ich hatte überhaupt keine Bedenken, auch nach Ost-Berlin zu fahren. Ich hatte ja einen bundesdeutschen Pass, hatte Zweitwohnsitz in Berlin. Sonst hätte man ja nicht nach Ost-Berlin rübergekonnt. Und für mich war das überhaupt kein Problem. Ich hatte da keine Angst und da hat mich auch nicht irgendwie die Vergangenheit eingeholt. Also gar nicht. Sie haben schon gerade gesagt, hochspannend. Können Sie es nochmal greifen? Ja, das war natürlich, das war von Sommer 1970 bis Sommer 1972. Das waren ja noch die guten alten Zeiten, wo die Autobahnen mal gesperrt wurden, wo Schikane-Kontrollen waren, meterlange Staus. Man stand also, wenn man mit dem Auto fuhr, stundenlang an der Grenze, was natürlich sehr unangenehm war. Auf der anderen Seite war es insofern spannend, man durfte ja nicht in die DDR als Journalist. Da musste man einen extra Antrag stellen beim Außenministerium der DDR. Aber in Ost-Berlin konnte man ja, musste man ein Tagesvisum und musste Geld umtauschen und dann konnte man sich ja in Ost-Berlin frei bewegen. Das war insofern natürlich spannend, zum Beispiel als das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt war, bin ich nach Ost-Berlin gefahren und habe in der Chausseestraße Rolf Biermann interviewt dazu. Das war schon sehr, wir haben da vor kurzem nochmal drüber gesprochen, der wohnt ja jetzt in Hamburg und wir haben uns durch Zufall bei einer Veranstaltung getroffen und haben das nochmal wiederbelebt, diese Zeit. Insofern war das eben wirklich spannend und ich sollte als Berliner Korrespondent für die Medizinkollegen in Hamburg zur chinesischen Botschaft fahren. Damals gab es noch keine Botschaft, eine chinesische in Bonn und die Kollegen wollten eine Geschichte, eine große Geschichte machen über Akupunktur. Das kam damals auf und war hoch aufregend und man wollte also eine Reise nach China machen, um über die chinesische Akupunktur zu berichten. Dazu bin ich also nach Ost-Berlin gefahren mit meinem blauen R4 und die Botschaft lag ganz, ganz weit draußen, in Pankow. Also man fuhr die Frankfurter Allee, früher Stalinallee und immer geradeaus, immer geradeaus. Und ich fand das plötzlich so komisch, es waren immer dieselben Autos hinter mir, drei Stück. Und dann bin ich da vorgefahren, habe geparkt, die Autos waren weg, habe ich gedacht, naja, dann spinnst du wohl ein bisschen. Die chinesische Botschaft, das war noch so ein besonderes Erlebnis, das wird aber zu weit führen, wenn ich das jetzt erzähle, das war sehr kurios. Also es hat ungefähr eine Stunde gedauert, bis ich da mit irgendeinem Botschaftsrat sprechen konnte und den Wunsch unserer Zeitung deponiert hatte. Das hat dann auch später geklappt. Und dann bin ich wieder aus der Botschaft raus, in mein Auto gestiegen und losgefahren. Und wie durch ein Wunder waren diese Autos wieder da. Daraufhin bin ich bis in die Innenstadt gefahren und dann gab es so einen Kreisverkehr mit dem Marx-Engels-Denkmal. Und da bin ich einmal rumgefahren und die fuhren hinter mir her. Dann bin ich auf die Frankfurter Allee zurück. Da fanden ja dann auch immer die Paraden statt, die ist also sehr, sehr breit. Und wenn da nichts los war, waren in der Mitte Parkplätze. Dann habe ich da eingeparkt und die drei Autos parkten dann auch ein. Dann bin ich wieder zurückgefahren und habe mich hinter eines dieser Autos gestellt, sodass die weder vor noch zurück konnten und habe eben die Scheibe geklopft. Und erst rührten die sich nicht und dann machte der Fahrer die Schleier der die Scheibe runter und sagte, was wollen Sie hier? Und ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, Sie wollen was von mir. Ich bin Michael Säufert vom Stern. Haben Sie eine Frage? Und dann wurde der sehr wütend und sagt, verschwinden Sie, sonst hole ich die Volkspolizei. Und dann habe ich gesagt, na dann ist ja gut. Ich war auch schon versucht, die zu holen. Und dann bin ich weggefahren. Und jedes Mal, wenn ich dann wieder nach Ost-Berlin kam, hatte ich Begleitung. Und die Dokumente darüber, die Berichte, die habe ich dann mal bei der Stasi-Unterlagenbehörde eingesehen. Eine höchst kuriose Lektüre, mit was die Leute sich beschäftigt haben. Hatten Sie keine Angst? Nein. Bei der Sicherheit, ich bin Journalist, oder? Ja, mit denen auch Spielchen gemacht. Ich bin denen weggefahren und so. Und bin immer zur russischen Botschaft gefahren, zur sowjetischen Botschaft unter den Linden. Da hatte ich Kontakte hin, die besuchten uns auch. Und habe immer gefragt, ist Botschaftsrat Sanikow da? Und ob der da war oder nicht, es dauerte immer so 20, 30 Minuten. Und das konnte ich dann nachlesen. Das kam denen so komisch vor, dass sie da bei der Botschaft nachgefragt haben und dann rausgekriegt haben, dass ich sie auf den Arm nehme. Aber ich möchte nochmal nachhaken. Also, was war das? Nein. Keine Sicherheit für Sie? Ich hatte keine Angst darüber. Nein. Was soll mir passieren? Also, was sollte mir passieren? Also, ich habe ja nicht gegen DDR-Gesetze verstoßen. Ich habe brav mein Geld umgetauscht. Habe das meinem Bruder in meinem Briefkasten gesteckt, wenn der nicht da war. Der war Sänger in Ostberlin. Ich habe da nichts gemacht. Außer ein bisschen Frechheit. Ich habe da nichts gemacht.